Heute geht es um das Thema Diensthandy. Das hört sich so harmlos an, ist in der Praxis aber eine böse Falle, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Schau dir das Video gern bis zum Ende an, denn auf die Fallen im Zusammenhang mit Diensthandys komme ich dann am Ende. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wann man als Arbeitnehmer eigentlich einen Anspruch hat, beziehungsweise für dich als Arbeitgeber, wann kann dein Arbeitnehmer von dir ein Handy verlangen. So ohne weiteres jedenfalls hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch, auch wenn das nahe liegt, dass man ein Handy vielleicht haben müsste, um seine Arbeit besser machen zu können, ist das nicht der Fall. Das heißt umgekehrt aber auch, dass der Arbeitgeber jetzt auch nicht ohne weiteres verlangen kann oder gar nicht verlangen kann, dass der Arbeitnehmer sein Privathandy für die dienstlichen Angelegenheiten nutzt. Das ist auch nicht sinnvoll. Warum? Hörst du am Ende noch. Ein Anspruch des Arbeitnehmers kann sich ergeben aus dem Arbeitsvertrag oder einer gesondert abgeschlossenen Vereinbarung zum Diensthandy oder auch aus einer Betriebsvereinbarung, wenn dort das geregelt ist. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer über einen langen Zeitraum oder längeren Zeitraum einfach mal so ein Diensthandy zur Verfügung, dann ergibt sich ein Anspruch in der Regel auch aus einer betrieblichen Übung. Das heißt, längere Zeit dreimal, da muss man überlegen, was heißt dreimal, ja drei Monate, da kann man immer darüber streiten, aber wenn der Arbeitnehmer längere Zeit das Handy hat, dann ergibt sich dieser Anspruch möglicherweise auch aus der betrieblichen Übung. Genauso ist es aber auch, wenn der Arbeitnehmer dann freiwillig das Handy wieder abgibt, dass mir auch eine negative betriebliche Übung zum Erlöschen des Anspruchs wieder kommen kann. Wenn alle Kollegen, die die vergleichbare Arbeit machen, ein Diensthandy haben, nur der eine Arbeitnehmer nicht, dann kommt auch ein Anspruch des Arbeitnehmers aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz in Betracht. Wenn jetzt ein Diensthandy genutzt wird, stellt sich als nächste spannende Frage immer die Frage, darf ich als Arbeitnehmer dieses Handy auch privat nutzen? In extremen Ausnahmefällen, was weiß ich, ich muss die Kita anrufen, weil ich für den Arbeitgeber überraschend noch Überstunden machen muss oder ähnliches, ist das gestattet. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Auch wenn der Arbeitgeber stillschweigend die private Nutzung stattet, dann besteht ein Anspruch, den muss man aber als Arbeitnehmer auch beweisen können. Und da haben wir jetzt das erste große Problem, von dem ich am Anfang sprach, für die Arbeitnehmerseite. Ich habe schon häufig im Zusammenhang mit privater Nutzung von dienstlichen Betriebsmitteln erlebt, dass der Arbeitgeber sowas als Grund für eine Kündigung benutzt. Und dann muss der Arbeitnehmer beweisen, dass er es privat nutzen durfte. Und manchmal hat der Chef das so stillschweigend genehmigt, aber der eigentliche Arbeitgeber, der Geschäftsführer oder ähnliche wussten da gar nichts von und wollen davon auch nichts wissen. Denn diese Privatnutzung ist auch für den Arbeitgeber heikel. Warum? In dem Moment, wo der Arbeitgeber eine Privatnutzung gestattet, muss er unbedingt dafür sorgen, dass die private und die dienstliche Nutzung auf dem Handy separat, also geteilt stattfinden. Das geht technisch mittlerweile. Wenn der Arbeitgeber das nicht macht, hat er ein riesiges Datenschutzproblem, wenn er irgendwie mal auf das Handy zurückgreifen will oder muss. Das kann zum Beispiel sein bei überraschenden Krankheiten des Arbeitnehmers oder in Urlaubszeiten oder wenn er den Verdacht hat, dass der Arbeitgeber da vielleicht mit dem Diensthandy was macht, was er nicht so toll findet. In all diesen Fällen will er vielleicht zugreifen. Bei einer Privatnutzung stehen dem datenschutzrechtliche Aspekte entgegen, wenn nicht eine klare Trennung zwischen Privat- und Dienstnutzung erfolgt. Da das in der Praxis häufig schwierig ist, sollte man als Arbeitgeber immer sehr genau überlegen, ob man so eine Privatnutzung überhaupt gestattet. Als Arbeitnehmer sollte man immer überlegen, wie weit und wie exzessiv man auch bei gestatteter Privatnutzung das Handy dafür benutzt. Denn immer wenn ich privat mein Handy nutze, arbeite ich zumindest mal nicht. Wenn ich mich für diese Zeiten aber bezahlen lasse, weil das meine normale Arbeitszeit ist, begehe ich streng genommen meinen Arbeitszeitbetrug. Und auch so etwas kann dann im Extremfall Grundlage für eine Kündigung sein. Wenn dir solche Themen gefallen, abonniere gern den Kanal. Schreib mir in den Kommentaren auch, was du selber schon für Erfahrungen mit der Privatnutzung gemacht hast und wie du vielleicht als Arbeitgeber mit dem Problem umgehst. Ob du vielleicht sogar schon mal datenschutzrechtlich hier ein Problem hattest. Und ich werde das dann gelegentlich in einem weiteren Video nochmal aufgreifen und auf eure ganz speziellen Fragen zu diesem Thema zurückkommen. Okay. ân 哀 Ivan